Herzlich Willkommen Leute, heute wieder zu einem kleinen Oculus Rift Test. Probieren wir mal das für Oculus Rift gemachte auf der Unity Engine gemachte Horror Game. Wie benutze ich meine andere Hand? Ich meine, es ist, man sieht, es ist für... Für dich wie drei eigentlich gemacht, weil man hat zwei unterschiedliche Hände. Aber es schaut an sich... Bis auf, da oben. Richtig gut aus, da habe ich nur so einen kleinen Strich in der Mitte. Okay, aber das sollte, das passt irgendwie auch. Na gut. Okay. Wie habe ich die Mac Calibration jetzt angemacht? Na, okay, das sieht eh aus. Schauen wir mal. Was ist denn da? Mal noch schieres Poppen. Okay, also ich soll den Weg entlang gehen. Ah, ich weiß schon, was es ist. Das ist V-Sync. Ach, muss ich nur V-Sync aktivieren. Ah, also ich hätte das Spiel einmal neu starten, damit die Grafikeinstellungen ein bisschen besser sind. Äh... Ähm... Ähm... Schauen wir mal. Da scheint ja gleich schon mal ein bisschen besser. Ah, V-Sync ist noch immer nicht da, aber egal. So, schau mal. Sprinten kann ich auch. Ich spiele jetzt sehr schön laut. Und ich sehe gar nichts da hinten. Oh mein Gott. Okay. Okay. Oh mein Gott. Ich weiß schon wieder, wieso ich auch solche Horror-Spiele einfach nicht mag. Puh. Puh. Die... Was ist denn das für gerade... Oh, ein Baum. Oh, shit. Okay. Aber es kommt viel, viel härter rüber, das ganze Gefühl, in der quasi Welt zu sein. Puh. Vor allem... generell bei diesen spielen oh mein gott wirklich oh mein gott nein 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 ich mag nicht es schaut viel zu alle licht schön bitte rennen bitte rennen wo ist die musik hin ach da ist sie oh shit ich sehe nichts ist das wasser ich glaube das ist wasser ist mir egal das war wirklich wasser lichtes licht ich wollte wieder ins licht oh shit oh shit okay ein haus okay okay ich will da irgendwie hingehen oh mein gott oh mein gott was ist das aha shit muss ich da hin bitte lass mich doch einfach ich kann nicht mal wegschau'n oh fuck nein ich ich oh shit was ist das oh mein gott das ist ja wirklich ein mädchen oh mein gott oh mein gott okay gut bei half left kann einem vielleicht schlecht werden oh shit oh fuck ihr mädchen oh wo ist das licht oh fuck oh ja bei half left kann einem vielleicht schlecht werden oh shit ja Alter hör doch auf mit diesem lauten sound wo 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 ja wo oh 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 fuck oh fuck me oh shit ich habe Angst oh mein gott ich habe Angst wo oh shit oh shit oh mein gott wie mir der schweiz gerade rote rett oh mein gott oh mein gott da oben war ich doch vorhin aber oh mein gott nein weg hier weg hier weg hier weg hier oh shit oh shit zurück nach oben oh shit renn 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 oh mein gott oh fuck me oh shit wo bin ich oh shit oh mada fuck oh mein man oh fuck oh fuck okay wieder zurück zum licht okay okay also das ist fast wie das quartet oh mein gott wo bist du mädchen ich weiß du wartest du du ich hab dich gesehen oh mein gott ich hätte einfach gar nicht zu ihr gehen sollen stimmt ich hätte einfach woanders hin rennen sollen oh mein gott nein ich das hört sich ja wieder nicht an oh mein gott ich schaff das gar nicht hier weiterzukommen das das ist einfach oh damn ah 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 man ja 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 oh mein fucking oh mein gott nein oh mein gott nein also ja vielleicht schon aber oh mein gott fuck das war genug für jetzt also wenn ihr mehr von oklas rift harder game sehen wollt sagt